Okay, Freunde, ich stehe hier gerade vorm Friseur und ihr könnt mal raten, warum ich hier stehe. Ja, ähm, ganz genau, wegen Lorissa oder Luisa oder keine Ahnung, wie du heißt, okay? Okay, ich glaube, sie hat keine Lust zu reden. Ist auch egal, ich habe was anderes zu tun. Ja, na tschu, jetzt muss ich wieder ab in die Schule, aber auch egal, dann setze ich mich, würde ich sagen, erstmal hier vorne hin und ja, warte hier mal wieder. Die Schule ist sowieso schon kacke, ich habe so gar keinen Bock drauf, aber muss er dann mal die Schule machen. Hm, na nee, na gut. Ja, ja, okay. Hallo, ich bin so eine komische, keine Ahnung, mich oder so, keine Ahnung, wie ich heiße, ist mir eigentlich auch egal, ich würde mich einfach hier hin. Die ist ja toll drauf, wow. Ähm, ja, warum auch immer die so drauf ist, ich habe, ja, keine Ahnung, fast ein bisschen creepy. Ähm, ja, besser, wir sagen einfach nichts. Oh, endlich, Schluss, ich habe gar keinen Bock mehr. Jetzt erst mal ab in die Pause, wirklich keine Lust mehr. Aber wie wäre es, wenn ich noch ein bisschen Sport mache, denn ich habe irgendwie keine richtige Lust, jetzt in die Pause zu gehen. Dann käme ich schon, so, und, oh Mann, ey, na gut, dann hat der Nächste bei, der trifft jetzt aber, und der hat auch nicht getroffen, aber der trifft jetzt, hui, der hat auch nicht getroffen. Der trifft jetzt aber, oh, wow, das war knapp. Oh Mann, ey, wir haben gleich Sport, und ich würde sagen, ich mache mich schon mal umziehbereit, denn, ja, wir müssen jetzt gleich zu Sport. Und, ähm, ja, das Mädel, ähm, hallo? Äh, wer bist du denn jetzt, so? Ich habe keinen Bock auf dich. Aua! Hey, das hat weh getan. Das Mädel, du bekommst gerne noch mal eine. Jetzt reicht's, jetzt bekommst du mal eine. Puh, was war das denn für eine? Soll ich dir mal eine richtige Schelle geben? Hier, erst mal einen Ball, und dann gebe ich dir jetzt eine richtige Schelle weg mit dir, oh! Autschi! So, und jetzt lass mich in Ruhe, du, du kleiner Stinker. Hä? Äh! Oh Mann, ey, lass mich in Ruhe jetzt trainieren. Mann, die gefällt mir hier gar nicht, aber irgendwie ist die auch, na ja, schön, äh, jetzt, was ich meine. Äh, äh, ja. Ich habe es noch, bevor die Sportstunde beginnt, und, ach, Mann. Kinder alle hingestellt, der Sportlerer, ich beginne aber sofort. Ich glaube, ich spiele hier. Der Sportlehrer ist ja mal wieder richtig nett drauf. Oh Mann. Oh, oh, Freunde, ich glaube, ich komme ein bisschen zu spät. Der Sportlehrer war schon hier. Oh Mann, der hat Rücksie auf dich genommen. Oh, ganz froh sein, dass ich nicht hier war und dich gesehen habe. Sonst wärst du, bam, weg gewesen. Aua. Kannst du bitte aufhören, auf mich Bälle zu werfen? Das wäre nett. Äh, nein. Na gut, dann, weißt du, was ich jetzt tun werde? Es ist Reichtes. Und, zack. Und soll ich dir noch etwas geben? Hier, bitteschön. Oh. Und, zack. Na? Bist du jetzt zufrieden? Äh, du bist so ein kleiner Stinker. Aua. Na gut, dann bekommst du jetzt auch einen Ball. Oh Mann. Oh, kackig, schlichtig auf der Sportlehrer kommst. Nö, ich werde sogar extra rumschreien. Aua. Mann, das ist so gemein. Sei ja bloß leise. Mir wurde weh, der hat mich auf den Boden geschlagen. Das stimmt doch gar nicht. Ich glaube, ich spiele sofort zum Direktor. Oh. Oh Mann, ey. Oh Mann, ich habe doch gar nichts gezahlt. Mann. Na gut, okay. Dann gehe ich jetzt halt da hin. Oh Mann, ey. Ich habe gar keine Lust. Aber, naja. Soll ich da wirklich reingehen? Ich weiß ja nicht. Hallo? Ist da wer? Ähm. Ja. Wir gehen mal ganz langsam rein. Ähm. Hallo? Hallöchen. Äh. Ich weiß ganz genau, was du getan hast. Oh Mann, ey. Das tut mir so leid. Tut mir sehr, sehr leid dafür. Sorry. Oh Mann. Oh Mann. Das muss ich jetzt alles abschreiben? Oh Mann. Na ja. Okay. Dann setze ich mich mal gleich hin und schreibe das Ganze ab. Ich wollte doch einfach lieber, dass die Schuhörer mich nicht mehr schlägt. Oh Mann, ey. Du musst auch was abschreiben? Besser. Ich habe sogar eine Note bekommen. Eine Note bekommen? Oh Mann, ey. Meine Skins. Ich muss den kompletten Text abschreiben. Wahrscheinlich bekomme ich am besten nochmal mit 6 drauf oder so. Oder am besten noch eine Note mit dem Korrektur. Oder ich wünsche vielleicht eine Rechtschreibung. Oh Mann, ey. Ich bekomme sowas von Ärger mit einer 3+. Oh Mann, ey. Na ja. Du hast es ja noch gut. Oh Mann. Na gut, okay. Dann setze ich mich mal gleich hin und ja. Schreibe das Ganze dann mal ab. So. Jetzt machen wir erst mal. Jetzt muss ich hier alles abschreiben. Ach, Mann. Einen Freund war ja heiss, die auf zuhauen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, du hast doch pisch gehabt, wenn du schreiben musst. Oh Mann, ey, das ist alles deine Schuld. Dafür gibt es einen Fenn-Fenn-Schlag von ihr Paunen. Aua. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Schönen Tag euch. Naja, ob ihr Jungs seid, weiß ich nicht. Aber schönen Tag euch noch. Freunde, da ist sie. Sie hat wirklich noch so lange Brauchbesitz abgeschrieben. Ab morgen muss ich mal einen Direktor abgeben und... Oh mein Gott, da ist sie einfach mal. Neeeee, was machst du, Knüschloch? Geht mal beide weg, Jungs. Hey, was soll das denn mal? Das ist so lustig, ey. Geht mir aus den Augen. Oh Mann, ey. Soll ich sie wirklich mal fragen? Oh Mann, soll ich sie wirklich mal fragen, ob wir auf ein Date gehen wollen? Naja, ich weiß ja nicht. Besser nicht. Ähm, ja, genau. Jetzt erst mal was. Bist du irgendwie dumm? Oh Mann, ich muss mich erst mal umziehen. Ich habe mich noch gar nicht umgezogen. Na gut, okay. Ich würde sagen, jetzt geht es erst mal ab nach Hause. Oder warte mal. Wie wäre es, wenn wir sie einfach mal verfolgen? Ähm, okay. Okay, sie steht da. Was macht sie jetzt? Sie holt ihr Fahrrad und sie fährt weg. Ähm, okay. Bro, ich habe in Sport... Du hast in Sport... ...bekommen? Was? Echt jetzt? Ist es wirklich dein Ernst? In Sport eine 6? Oh Mann, ey. Das ist ja... Ja, genau. Richtig kacke. Oh Mann, ey. Na gut. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal die Schulmobberin verfolgen. Mein Fahrrad. Und dann verfolgen wir einmal die Schulmobberin. Oh Mann, ey. Schulmobberin, was wirst du jetzt wohl machen? Okay, sie fährt... Wo genau fährt sie hin? Da fährt sie. Sie fährt über Gelände. Okay. Ja. Sie fährt da hin. Okay. Okay. Wir warten mal hier und schauen mal, was sie jetzt macht. Jetzt geht sie da rein. Okay. Mega glücklich. Hm, das passt irgendwie gar nicht zu der Schulmobberin. Ich werfe mal ein Ball ins Fenster. Hm, ich glaube, das wird sie nicht mitbekommen. Ich muss sagen, sehr schönes Essen hier. Oh ja, ganz schön, ja. Ich gehe ein schönes Essen holen. Ja, wirklich. Sehr, sehr schönes Essen. Ähm, ich könnte das Essen holen. Oder schon mal, willst du das Essen holen? Ja, ich gehe ein schönes Essen holen. Ja, wir haben mal so ein schönes Essen. Ja, genau. Nach der Cola wird zu Tafeln vielleicht nicht fehlen. Oh, danke für die Cola, ja. Die ist sehr, sehr lecker. Ach, schönes Date haben wir hier. Ja, was? Du hast ja ein Date mit dem Schulmobber? Hey! Ach, Mann! Das kann doch nicht sein! Ich wollte eigentlich mit dir ein Date haben! Ja, entschlackt von euch. Aua! Oh, Mann! Der Schulmobber hat mich schon wieder umgehauen. Oh, Mann! Aber Leute, wenn euch das nie gefällt, einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr nicht mehr von Videos, also von weiteren Videos. Dann wollen wir aufpassen und bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!